ARD Text im Auftrag von Funk Aschermar Balsam Deutschwurz Cool Dann quatschen wir mal mit der Wo muss ich denn die Laute hinbringen Gute Frage, also ich weiß es nicht Achso, hier Atmosik anquatschen Peiler, ich kann dir nochmal so ein Elixier der Arcan-Kultivierung machen? Oh ja, die nehme ich immer dann Und was war das andere, was du gesagt hast? Das war ein Elixier, ein blaues Was auch recht blau-weiß aussah Und du konntest wie eine kurze Rast machen Und bekommst aber noch zwei von der ersten Zauberstufe Und von der zweiten Zauberstufe an Zauberplätzen zurück Das war schon echt imbar, Alter Weißt du, wie das hieß? Ne, ich war leider so dumm Und hab gleich draufgeklickt Ohne nochmal schnell ein Foto oder so zu machen Leider nicht, ne Kann ich denn erst nachgucken, wenn der Stream zu Ende ist Und ich an die Stelle skippe? Elixier der Wachsamkeit? Ich will die Laute spielen Ja, ne Eine Spielsicht Ja, wir sind in der Haut 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 Ja Und der Geschwindigkeit Oh nice Dem haben wir Es ist das Besser, was ihr gespielt habt Hm Okay Komm, warte Warte Ich bin in der Schatten für ein Jahr Geh einen Moment um deine Augen zu erinnern Applaus, Applaus, Applaus Applaus, Applaus Applaus, Applaus Applaus, Applaus Applaus, Applaus Applaus, Applaus Applaus Ihr Haus Daniel sagt, um dich zu finden Du musst ihm helfen Bitte Ich will Aber ich muss wissen, wo Daniel ist Wenn ich in der Schatten schadet, will ich nie finden Sie ihn Ich bin nicht sicher, dass ich kann das in die Fähigkeiten in die Fähigkeiten Erwachsen, ihre Werte und Veränderungen Das ist Ich habe etwas einen 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 den scheiß überlebt würde ich sagen aber ernst ehrlich, warum sollen wir ihm jetzt helfen? nur weil er es gerade sagt, finde ich ein bisschen eintönig wir kriegen vielleicht was gutes dafür aber ich würde auch mal gucken ob er es überhaupt überlebt ey, die haben mir die laute weggenommen schön, sie haben David die laute geklaut der konnte ich wenigstens spielen nee, aber wollen wir die Quest machen? nein, ich glaube schon hinterher, ich glaube da müssen wir auch lang okay bist wieder rausgelaufen aus dem haus, ja ja, ja kein Plan, oder? okay, David hinterher der Koko meinst du? ja gehör wohl mit zu deiner Gefolgschaft na, wir sind leider schon vier Peiler, wir haben ja kein Platz mehr okay, der steht hier und wartet, wer will mit dem quatschen? mach du musst mich verkackern na gut wenn ich das möchte, kann ich auch mir noch einen zweiten zaubern und dann... ich quatsch mit ihr und cutziehen ich werde für drittens, und ihr? ich sehe doch nicht für den dritten zaubern okay okay soll auch vorgehen, wir gehen trotzdem rein ich... 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 ich würde sagen, wir opfern ihn und gehen dann auch rein find ich gut okay 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 stell dir mir das so vor, er geht rein, schreit nach Hilfe wir lassen ihn verrecken und gehen dann auch rein oder wir gehen mit ihm rein, er verreckt und wir gehen einfach weiter das können wir auch mal so, was ist gleich quasi als Opfer dann soll ich mitgehen oder hier chillern? ja, ich... ja, ich... nicht, dass er uns mitgehen lässt Jusen, geh mit auch wenn du das machst kleiner Eidbrecher sag, du gehst mit und dann gehst du nicht mit aber ich glaube, ich hab mal irgendwo gelesen, wenn man Eidbrecher macht bei Paladin ist man... kann man sogar noch wesentlich stärker werden und so am ich ich würde gerne gerne haben bei mir aber das ist der einzige Weg das ist der einzige Weg es dauert mir Jahre zu studieren zu suchen die Oakfather zu finden ein Weg zu parten die Veil ja ich hoffe, dass das funktioniert oh ne hör du Fahre Oakfather hör mich aid mich force open die Jaws of Darkness make passage for your vessel of light it's ready so, jetzt schubsen runter da vom Felsen und wir gehen durch ja einfach bald schnell und weg find me what time you can außer rein, Nicka bis nächste Woche dein Nasenring ist so episch danke mal äh verteidige das Portal, was? ja wir müssen es bis er wiederkommt ja stand doch da ich muss erstmal nach da oben es darf keiner da oben ja ich möchte es war nicht verkehrt gewesen ja ich möchte jetzt vielleicht können wir noch retten irgendwas genau der letzte Stand ist von ja ja halbe Stunde oder so keine Ahnung wir können uns ja immer noch entscheiden ob wir gleich alle durchlaufen oder beim nächsten Mal oder ob wir hier kämpfen wir sollen nicht durchlaufen wir sollen das Ding verteidigen ja aber wir könnten theoretisch auch durchlaufen nein wir sollen es verteidigen das ist die Mischung aber ich muss nach da oben wo Alex ist also ja das ist ja das stimmt ach komm sehr schön sehr schön hat er überlebt die Sau gespeichert auch sehr gut sehr gut naja sind dann nur 300 Gegner ha 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 verkehrt und alles gemischt irgendwelche Höllenhunde ja aber nichts über 200 oder so alles überlebbar Freunde alles überlebbar doch hier ist einer über 100 gewesen 142 Schattenkreuzug achso das ist das Teleporter also alles gut also alles gut alles gut kriegen wir hin Freunde das wäre auch gelacht wenn man den Hals schön trocken halten dann muss ich nicht so oft husten ja so Alex du bist noch und danach geht die Gang los äh ja ich habe gerade geguckt aber ähm irgendwas werfen war ja wieder eine Aktion ja vielleicht finden wir ja irgendwann mal einen Ring oder eine Kette oder irgendeinen anderen Gegenstand der sowas hat wie Doppelbonusaktionen und sowas oder Doppelaktionen generell einmal neben dem Kampf oder irgendwie so kann ich mir schon gut vorstellen aushebigen was für ein Killermove dicker gut jetzt ist deine Baumprinzessin dran Todesalp 67 ey ich würde erstmal alle sind eigentlich da hinten irgendwo ja ich würde so eine andere Seite auch oh da sind auch ganz viele ich würde so ein großes Dornfeld erstmal vor uns machen weil die müssen ja alle her laufen genau aber du musst es eher so was alt wartet und links klick also entweder da hinten wo alle stehen die dürfen hier nicht hoch hier hinten sind die meisten David klick mal oben die Tabelle durch hier sind nur drei vier Gegner und hier hinten sind sechs oder sieben ja wo die Gegner sind hier hinten sind die Gegner und ich habe eher so gedacht ich hätte sogar ich hätte sogar hier vorne weiter gesagt naja mach ich total ja 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 du musst bloß gucken dass sie hier nicht hochlaufen können hier rechts weißt du dass du das so ablockst dass du wirklich maximal über die Schneise genau ja perfekt sieht doch gut aus schon mal sehr gut dann hast du die schon mal geblockt und wir können uns erstmal um die anderen kümmern weil wir werden die reinlaufen bleiben sie hängen das wird nochmal ein richtig toller Kampf mach beide hilf so gut du kannst nee dem projizierten Schutz nicht ne außerdem ist es ja eh nur der Billo-Typi den braucht er nicht schützen das kenne mich nicht Billo-Typi nein nicht du der andere der andere Billo-Typi hm ok also wirklich Wuchtschaden ist wesentlich besser als wenn ich jetzt mit Feuer angreife hm da mach ich maximal 8 gleiche 7 David äh die sind auch gegen Gleißen verwundbar ne du hast ne Gleißenbombe ja wenn mehrere auf einem Platz sind wollt es ja nur sein aber die Bombe hält doch ein paar Runden oder? ne er ist nicht ich mein nicht sein Mondstrahl sondern diesen ich hab ihm so ne so ne so was wie ein Molotow Cocktail gegeben ja keine Zauberfälle also so 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 cool cool schon mal praktisch oder? oh war gut wenn er schon mal tot versuch dann den Todesalp da zu machen ich geb mir ein bestes Siki weil er ist durch die Dorni rand ja war das was mir wert weil ich kann gleich die wenn die hier ran schreiten die hier hinten alle kommen angreifen und jetzt könnte ich mich da noch um die kümmern die um meinen Dude rumstehen das war halt bloß mal gucken inwiefern ich jetzt was mache ich würd mit dem Fernkampfangriff gerne aufheben wenn die jetzt vielleicht in David seine Dorn laufen den großen Flächen deswegen nehmen wir irgendwas cleanet das ist ein Dreier der kann ich nicht benutzen den kann ich den auch als Zweier benutzen ich wollte ja nicht ich war jetzt gegen Feuer ne war nicht so gut dann mach ich erstmal den Standardangriff da ist drauf ich bin mal gespannt was passiert an dem Siki die Kamera mal drehen von da hinten und jetzt die ganzen anderen die sich hier überall verstecken in den Büschen das ist doch schön wie man sie nie sieht für die beiden Hunde okay ich habe jetzt immer ein bisschen Schaden abgezogen ich bin sehr gut weil jetzt rücken die anderen da hinten nach wo David seine Dornen gemacht hat weil die brauchen alle einen Zug bis wir hier rankommen und deswegen hoffe ich dass ich gleich mit meinem Dicken Meteoriten Schauer oh die Bogenschützen greifen das schon an die müssen wir auf jeden Fall schnell ausschalten und die anderen kommen da hinten lang oh die stehen so schön auf einen Haufen Alter jetzt kommen noch mehr Alter Alter Hallo okay wollen wir nicht doch lieber durchs Portal gehen nein nein wir sollen es ja verteidigen Dicke aber guck mal die haben alle nur die haben alle nur ein Leben also ah ok die haben ja Alter jetzt kannst du mach Flächenangriff wenns geht du hast du für Flächenangriff erst ist David dran dann Alex dann ein Typ von denen dann David seine Rolle ich habe das singende Schwert noch ja das ist nicht schlecht ja dann schaltet mal wirklich die vor euch alle aus ich nehme die da hinten die in den Stacheln sind alle auf einen Haufen und dann bewegt sich keiner bis ich dran bin die kann ich da alle angreifen hinten ok also ich kann euch ah du hast schon angegriffen wahr also entweder mit dem Schwert kann ich entweder einen Plus geben auf Angriff Charisma Intelligenz und Weisheit oder alle Gegner kriegen halt ein Malus Minus und Schall Schaden nochmal nach Chai Schaden auf jeden Fall ja ich habe ich habe jetzt schon noch nicht so die hinten drin ja im Umkreis ist eigentlich ja ja wahrscheinlich hätte ich ihn jetzt getötet aber ist ja egal machst du ihn jetzt tot? ja nice muss dran kommen ich will die da hinten ja sechs hat er noch nice nice daneben jetzt kommt deine Olle so kann die irgendeinen Flächenangriff machen oder so? Flächenangriff? ja Flächenangriff wäre so geil na nur die Ranken aber dann verletze ich auch den den anderen Typen ja ist doch wurscht warum? naja ich kann auch zuhauen ja aber der AC ist doch völlig wumpe alter wenn er die da alle wegkriegt mit den Ranken ist doch gut aber ploppen dann die anderen Ranken weg? ja ja das war dann ah scheiße ja halt die Ranken weg zum Beispiel super was für andere Ranken? ne die ne die die böse Ranke genau dieser Schattenkriecher wieder heißt auf der anderen Seite ist jetzt raus ach so oder ich kann es danach nochmal neu einsetzen perfekt wenn du dich mit dem nicht bewegst kriegst du keinen Schaden eigentlich ja aber dann setze ich danach die Ranken lieber wieder oben alles gut ging auch jetzt nicht bewegen ich hab nur zugehauen die sind ja da vor mir ist einfach geil ich sag jetzt noch Todeseif weghauen oder wo soll ich hingehen? ja warte mal lass mal erstmal Piler machen und dann gucken wir mal wie viel hier noch nice sehr gut sehr schön sehr schön hehehe ok cool ähm von hinten kommen immer noch mehr ne? hier unten sind ja auch noch ganz viele ähm david ist ja auch noch dran ja david ist ja auch noch dran ich bin hier ins feuer gelaufen scheiße mhm ja bewegen kann ich mich eh nicht mehr ich würde sagen ich kümmere mich erstmal um den 37er der hier in der Nähe ist oder? ne äh bleib mal hier stehen jusend weil die kommen alle zu uns nicht dahin rennen hau erstmal die vor uns um oder hinter dir also die ne den den 6er kannst du auf jeden Fall umhauen vor uns ja das oder was? ja dann mach den Todes ein erstmal tot ja ja safe dass der tot ist also gut nice dann drehe dich wieder um ne genau wenn du jetzt auch was machen kannst was dir hilft oder mit dem Bogen schießen dann kannst du das noch eher machen ne ich kann nur höchstens zahlen oder oder mach noch 2-3 Schritte nach vorne vielleicht so an die Stelle ja und dann mal gucken oh ja natürlich an meine Richtung die anderen beiden kommen auch da naja wo jetzt stehen die wieder auf alle auf einen Haufen und ich habe nicht nochmal die Attacke und die anderen kommen auch noch ok das wird nix naja satan hier wird nix ich hab mal schon ich hab aber kaum noch Attacke oder nix ja naja du bist ja nicht der einzige der irgendwas machen kann der da 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 und der will chatte vielleicht probieren dieses schattenkröp zu darf nicht unbelebt sollen hast du dich um die beiden jungen kümmern alex die haben beide echt wenig lieben also die müssen weg die greifen das tor ja ich weiß also den raben darf ich weiter welche unten kümmern josen zum beispiel ein stück zurückkommen würde wieder auf die plattform weiter nach oben dann könnte ich hier vorne wo josen steht eine riesen fettfalle hin machen die fast alles abdeckt und die entzündet sich durch das was da hinten brennt wo der geist noch drin steht und der wolf und mein feuer typi und hinter david so könnte ich einen eulenbärl verwandeln und dann vielleicht mit rauf springen jetzt versuchen wenn du den die beiden weg machst dann kann alex was anderes machen jetzt kann ich das noch nicht machen kann der seite nächsten zu glaube ich erst mal was hinter dir noch steht da kannst du springen einfach da vor dem portal denn wie viele gegner das sind ja ich könnte den den rahmen und das dings beides weg klatschen perfekt dann macht das alex da machst du einen besseren denkst du auf jeden grün mal anders kann ich alle drei weg klatschen neben beide als ob die ranker nicht da und dass sie ihren card überlebt so ich kann jetzt hier vorne erst mal wieder und ich dann alle platt machen weiter der bogenschütze ist verängstigt ich kann auch die ranke hier glaube ich platt machen die ranke ist platt da hinten bei meinem typen sind auch noch mehr geister gekommen ein eck dran denn ich muss ganz genau überlegen was ich gleich tue wenn ich kannst du dir so ein krank rein pfeifen arcane kultivierung als bonus aktion oder so ja aber ich habe auch wenn ich noch bei meinen schrift rollen gucke vielleicht ein paar andere möglichkeiten wenn ich mich zum beispiel hier runter laufe und so ungefähr also da so hinstellen in war doch alt und rechts da so hinstellen würde und dann nach links wo die alle stehen dann könnte ich halt vielleicht noch mal so ein super blitz strahl machen und dann würde ich hier alle mit erwischen so was habe ich dann zum beispiel gedacht probierst das zu probieren aber ich muss erst mal hier gucken was ich würde eigentlich eher sagen dass du erstmal vielleicht stehen bleibst weil nächste runde sporn vielleicht noch mehr und dann lohnt sich das vielleicht noch ich kann den aber auch zweimal machen hier bist immer noch erhöht und sie müssen ja immer noch zu uns kommen da ist auch noch mal ein todesalb und ein schatten gespawnt hinter dir und noch einer habe ich gerade aufgedeckt da ist jetzt halt die frage teleportieren denn das war im entzug auch benutzt ja kannst du dich um den da kümmern den da ok da muss ich erst springen wie es da ist das würde mindestens ein zwei züge bis ich da bin verzögern oder ich ist halt fernkampf na na kampf kannst jetzt sowieso anna doch die schatten docke die neben dir steht die kannst du angreifen oder steht da neben dir wieder dann haut die weg mit nahkampf so ich müsste nicht nach da unten gehen wo david sein baum ist aber ich könnte halt um besseren schaden zu machen ich könnte mich neben seinem baum stellen und würde alle hier hinten treffen dann mache ich bleib hier oben stehen und treff dafür den dass die dogge da vor mir und trefft noch drei vier leute von da hinten ich kann ja nicht sagen was gut ist peiler aber ich bin magier ich bleib lieber oben stehen oder sicher sicher macht diesen blitz für die aus ich will gucken wie viele leute ich treffen kann jetzt würde ich eins zwei drei vier fünf sechs treffen ja mach nee ist zu wenig peiler du musst mindestens zehn treffen beenden einfach deinen zug und mach nix bring uns in die dauer der macht so ein kamehameha für zwei folgen alter da war ein davon habe ich als schriftrolle noch übrig vielleicht kriegen die jetzt schön schaden dann hinten noch irgendwie aber generell haben schon gut leute da oben was abgekriegt würde ich sagen die leute schützen uns blockern ja naja ist ja sieht doch gut aus nein alle einmal ja 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 ne alle einmal drauf naja wir müssen die bogenschützen ja ne das sind aber auch schwertkämpfer sind nur drei bogenschützen alle die du da angefrackt hast und guck mal die kriegen alle die kriegen jetzt alle schaden da durch die dorn ist richtig gut ja alter guck mal wieviel schaden er kriegt hat jetzt da muss die dorn auf jeden fall noch mal neu setzen solange wie der character noch lebt alter guck dir das an die dorn sind von blöchig guck dir das an und dann vielleicht noch so setzen dass da wirklich alle drin sind wenn begeistert ja einer ist tot die kameras gerade reingeblitzt das funktioniert der mega das beste geister muss hinter uns nicht vergessen deine rolle mit den dornen muss überleben die dornen der todes der todesalb kommt ja perfekt und die soll ich mich ja kümmern der kommt direkt zu mir wie nett so bei ganz praktisch soll ich auf die hier vorne springen oder auf die ganz hinten springen wenn du es kannst spring auf die ganz hinten da ja genau sehr gut und dann kümmere dich um die bogenschützen am besten ja wohl genauso wo sie wieder mit der chaos truppe ja auch ein bus nur ein dorn da muss ja ja alle stehen hier unten da bin ich denn ich habe die worte sind gegen die reich treffe usen aber mach ruhig wir dürfen die boys hinter uns nicht vergessen es kommen noch geister jetzt hier hoch hinter uns wir haben uns jetzt alle nach links verzogen und nicht die zwei geister die hier hinten noch sind an der einer ist er vor mir da kommen noch welche hoch ans portal wir stehen alle mit dem rücken zu nehmen aber wenn sie sich bewegen aber ihr beide seite da oben und die da unten stellen wir jetzt sowieso also wenn ich jetzt auch einmal meinen blitzstrahl machen kann da treffe ich fast alle hier unten glaubt dann sieht schon sehr gut aus aber die alex muss gucken wie gesagt alex sie kommen hier hier hinten kommen die hoch sind zwei stück glaube ich wenn ihr oben in der tabelle guckst oder ich stelle mich mal so hin dass sie an mir vorbei müssen wenn dann die sind alle vorne oder einer ist da der andere ist da also hatte ich doch recht gut alles klar noch mal nicht wusste noch dran kommen ja ich habe gerade geguckt ob ich noch irgendwas tun kann hier aber habe ich schlecht ein bisschen mehr als das portal stellen wollte ich ja eben nicht genau damit sie nicht an alex vorbei laufen siehst du da ist schon einer vorhin eine fackel in der hand hättest alex in der einen hand dann würdest du auch sehen oder david muss hier mal diesen schein wieder hin machen ja stimmt du bist ja der rollen wer so dann gucke ich mal eine habe ich ja noch wie viele treffe ich denn alle vor dir wahrscheinlich und da den ganz linken treffe ich nicht der blitz ist killer wenn du mir nicht im weg steht alles klar wollte den öfter schon mal ausprobieren aber es ist statt einer weg wenn ich noch welche nach sporen glaube ich schaffen was gelegenheitsangriff alter der rennt einfach an uns vorbei er ist tot keiner kommt als tor alter wir sind so gute bodyguards feierst du dich schon jetzt kommt auch die nächste welle mit 50 anderen gegnern der kriegt doch bis hierher wusste ich doch aber die dornen sind der megakiller die dornen sind wirklich mega so besser als das feuer die machen jede bewegung schaden und nicht nur ein zweimal die sind sogar 100 runden da außer du bist gehittet dann bist halt nicht mehr konzentriert er kann kann deine druyade irgendwas hier oben hin machen dass die aufgedeckt sind da den lichtschein zum beispiel so an die stelle da dann würde man alles sehen was kommt oder ich kann nur noch war die oberfläche dahin machen ach ja stimmt das kann nur david das hat mir gerade aber wenn ich habe angst dass meine anderen ranken dann weggehen also es jetzt ist also ich habe dorn wuchs ist ja hier überall aber ich kann auch noch einen anderen ranken ding machen die brauchen beide konzentration ich habe eigentlich das dann verliere die großen ranken war dumm ich habe gesagt er schafft ja gut die da oben sind ja fast der todeseif hat noch ein aber ich komme von hier hinten nicht ran aber wenn er sich bewegt haust du doch zu oder alex naja ne ich weiß nicht mit dem schatten ich will nicht sagen war irgendwie gerade ein bisschen verpackt bei mir ja bei mir auch ich weiß nicht ob ich ob ich zuhaue wenn die in die schatten rein gleiten den einsatz soll ich den oben töten ich könnte hier darüber springen wenn du wenn du dahin springen kannst aber theoretisch könnte josen springst ohne josen zu erwischen würdest du halt zwei oder drei aber die laufen ja sowieso an uns vorbei wenn er hier oben hinspringt ist besser wegen denen wegen den fächern aber es gibt keine bogenschützen mehr ne ne bogenschützen gibt es nicht mehr nur noch die schatten david hat sie platt gemacht nice genau super nice und er ist auch weg hat super funktioniert dreh dich mal noch david genau also direkt neben mir ist ein schatten hier genau direkt am alex seinem arsch hatte ich kein anderes da ich kümmere mich um die hier unten würde ich sagen oder ich sehe ihn leider nicht ja ich sehe ihn halt auch nicht also irgendjemand müsste jetzt eine fackel in der hand nehmen überlebst du das josen ja josen überliebt das locker aber der vermissen gegner oder annehmen oder auf gut glück einfach mal in die richtung schließen alex ne immer eine fackel in die hand ist es am besten ich könnten feuerball in die richtung ballern genau hinter dich achso ja naja dann ja einfach mal ausprobieren oder vielleicht deckst du sie auf warte mal warte mal warte 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 also einer ist da ja und der andere müsste eigentlich hinter deinem arsch stehen der andere ist da da ja einer ist da der andere ist da ich hab grad der steht an deinem arsch hier hinter dir nein ich drücke ja oben auf die dings drauf du kannst mit alt und rechtsklick oben die markieren wen soll ich nur umpusten den den ich nicht sehe wie viel leben hat denn der hat zu viel leben ich puste den um den ich sehe oder den zwei ja ja warum nicht ja ja klar kannst du noch eine fackel in die hand nehmen warte zurückziehen ne geht nicht mehr schade ich könnte die fackel fallen lassen die ich dabei hab aber ausrüsten geht dann nicht mehr ne ja alles gut muss mal sagen der kampf der hat mordsmäßig spaß gemacht alter ja wirklich ne also und wir haben ja wirklich alles getötet also wir haben so viel erfahrung gekriegt ja obwohl die einzel haben immer auch nur einen gemacht ne ja aber die anderen da musst du ja schon mal fast 15 stück rauszählen von den 50 40 die hier gerade kamen du weißt du hast du denn da du weißt aber schon dass da dorn sind die ganze zeit ne und du kriegst die ganze zeit schaden richtig weil du noch in den dorn stehst ja hau den zwei doch weg und dann ist gut ne bleib hier einfach hier oben stehen user und redig um und schießt noch einen ab wenn du schießen kannst gerne wo vielleicht auf den sonst bleibt stehen die sterben wenn sie zu dir hin laufen glaube ich ja klar will der mich verarschen alter gelegenheitsangriff er steht fast davor nice david sehr gut wir haben es sehr geil alter mega speicher hätte keiner gedacht dass das so gut läuft das stimmt nicht ganz und gar nicht ist er tot er kann was alex also ich bin ich bin bin er schlecht denkend ja ich bringe ihn zurück so unser lager hoffentlich fragen wir mal unseren untoten jungen können wir die jetzt alle looten ja da sind immer noch dornen nicht darin bin ich reingelaufen aber diese geisterbälle kann man nicht mitnehmen ne leider nicht ach so warte ich kann versuchen die wegzumachen die dornen ja das wär gut ja jo ja 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 die haben wirklich gut blut bei dienten nachgespawen sind nein gleich den alex ich kann den händen nicht luchen kannst du den luchen hier an der stelle nein ach man hat da ja sorry kann den hier einer lupen ich kann ja auch nicht er liegt da genau im buchstum ich kann ja auch kann einer vielleicht mal hinter hüpfen manchmal geht das wenn man dahinter gehüpft ist oder so dann kann man auf einmal darauf zugreifen jetzt habe ich die hatten wenigstens zum teil mal drei bis fünf sechs gegenstände bei also das war schon mal ganz gut für mich hier oben ist auch noch einer hat den tag der geht mein inventar immer weg der liegt genau hier zwischen hallo ja ich komme doch alex hier oben in dem hat es in dem knäuel nicht da drin so der auch noch ich habe hier unten auch noch einen gefunden wird wenn ich da oben in dem knäuel drinnen trifft ihn einer das sind so viele gestorben wenn ich 3 er wenn ich den rück alt kannst siehst du doch welcher ist da ist einer der nicht leer ist ja ich habe genau glaube ich sehr gut ja und hier unten wo du gerade standest alex an der stelle da war auch noch einer der noch nicht gelootet war aber auch gut hast du doppelt doppelt angezeigt so müssen wir mal genau erstmal sprechen dann würde ich mal usen irgendwie heilen generell mal gucken ob er jetzt gleich so weitermachen oder noch mal ins lager zurückgehen da werden nur noch kurze rast also bei mir ist egal müsst ihr mir sagen aber ich würde halt noch mal auf toilette gehen ganz machen wir dann haben wir noch mal und dann bleibe ich hier einfach stehen und das schicke das gleiche heute Du und dein Eulenbär, ey. Ja. Oh, hier ist Wahrnehmung, irgendwas? Das ist ja mit Leidisch, was ich für Schaden mache. Ja, mach mal eine Wahrnehmung hier. Ja, ich mach doch, aber ich bin so fett. Ja, dann geh weg da. Lass Yusen durch. Yusen, lauf mal da an. Nice. Rührt sich nicht. Kannst du da irgendwas machen, Yusen? Cool. Lass Yusen, da geh mal. Für Paila. Der benutzt doch Schildschlag. Paila nimmt Schildschlag, ja. Hier ist ein, haben wir ein Schild gefunden gerade. Schildschlag, wenn dich ein Gegner mit einem Nahkampfangriff trifft, kannst du deine Reaktion verwenden, um den Gegner umzustoßen, sodass er liegend ist, sofern ihm kein Geschicklichkeitsrettungswurf gelingt. Ne, der hat aber Doppelschildschlag. Er hat's ja schon. Achso, hat er schon? Aber, äh, ich würd's ansonsten nehmen. Achso. Ah, ja, er hat so'n Schild, ja. Ja, dann nimm du den. Oh, was hab ich drinne? Ah, der kann ich grad nicht sehen. Oh, schade. Oh, ich, äh, pack dir den Schild mal rein. So, ist schon. Oh, war schneller, ja. Oh. Ich bin mir auch ganz kurz weg, bis gleich. Jetzt hauen sie alle ab. Oh, Jusen ist so langsam voll. Der ist immer voll. Kann ich dich ja zubaggern als Eulenbär. Ich hab auch noch so'n Elixier der Hügelriesenstärke. Erhöht deine Stärke auf 21. Das ist krass. Ähm, das ist für mich wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, weil ich ja auch Nahkampfangriffe mache. Da mach ich wahrscheinlich noch mehr Schaden mit. Weil ich bin Stärke ja nur auf 8. Ja. Mach ich halt, glaub ich, noch viel mehr. Und ich kann halt viel mehr tragen, ne? Warum hast du generell eigentlich so viel Intelligenz? Weil ich mich auf Intelligenz geskillt hab. Achso, und du kriegst plus 5 durch den Buff. Ja, genau. Und diesen Elixier der Hügelriesen-Dings, den kann ich auch herstellen. Also könnte ich ja... Ich weiß gar nicht, äh... Steht das da irgendwie, wie lange das hält? Na, wahrscheinlich bis zur nächsten langen Rast, ne? Ja, wahrscheinlich. Dann würde ich halt, nach jeder langen Rast, würde ich halt so ein Ding einfach trinken. Dann habe ich auch 21 Stärke, kann viel mehr tragen und mach viel mehr Nahkampfschaden. Ja, das gibt's dann. Weil momentan bin ich ja mit Geschicklichkeit auf Fernkampf geskillt. Wo wir die herstellen können, aber nicht. Jo. Mal gucken. Gut, äh, ansonsten können wir ja schon mal gucken, wie es jetzt weitergeht, David. Äh, gespeichert hab ich, ne? Ja, du kannst noch mal speichern. Wir müssen. Vorsichtshalber. Ähm, wir könnten auch... Wir könnten auch noch ganz recht das Buch abgeben, ne? Was wir gefunden haben. Buch geben? Na rechts da, Lager in den Schattenverfluchten landen. Das Buch abgeben. Vielleicht wird vielleicht... Kann man hier... Ne, hier ist eigentlich gar kein Weg mehr, oder? Ne, ne, hier oben ist nix mehr. Was auf, wenn du da lang gehst, da sind Sprengfallen. Ah, da vorne ist... Wo kommen wir denn da hin, wenn wir da lang gehen? Achso, dann kommen wir von hinten, sprich mit denen. Ja, genau. Vielleicht müssen wir da noch lang gehen. Glaub ich ja nicht. Ne, da waren wir schon. Okay. Das ist ja eben vorne. Ich ja nicht... Naja, ich denke mal, es geht dann da unten weiter mit dem Zollhaus. Oder wir machen da oben das Mausoleum. Gerade noch ne Gripostate knallt. So, ich würde das Mausoleum... Also, das Mausoleum würde ich auch machen. Aber ich würde vielleicht erst mal ein Buch abgeben. Noch die EP mitnehmen. Ja, gut. Vielleicht reicht das ja. Ah, ne, 1200 werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Äh, müssen wir da teleportieren. Genau. Zum letzten Licht, ne? Genau. Dann könnten wir noch mal kurz verkaufen, weil Usen ist so gut wie voll. Zum letzten Licht? Ja. Hier zum Gast. Also, gut wie voll, würde ich jetzt nicht sagen. Wir sind könntig noch dran. Na, du bist so gut wie überladen. Das war zum letzten Licht. Da war denn ein Gasthaus, oder? Naja, Gasthaus zum letzten Licht. Oder? Bin ich falsch? Einfach hier unten ins Lager, Beiler, wo wir die Händler haben. Ach, bei uns ins Lager. Ja, bei uns ins Lager hier vorne. Dann packt mir mal eure Sachen noch rein, dass ich noch den Rest hier verkaufen kann. Dann können wir losziehen. Dann packt mir mal die Händler, wo wir die Händler haben. Dann packt mir mal die Händler. Pfeier, du bist jetzt bei uns im Lager wahrscheinlich, oder? Nein. Laufgruppe zu euch. Achso, ok. hab's denn doch noch gerafft bei den schwertern habe ich noch nicht reingeguckt aber ich glaube die sind alle viel mehr gold hat er nicht auch noch ganz lager verkaufen hat ans lager verkaufen das ging ja wusste es eine ball lager was verkaufen kunden da können wir nichts verkaufen es war ja so ein richtiges lager ich glaube so ein zeitlager oder sowas aber ist ja auch ich habe irgendeine cutscene hier ich wollte eigentlich mit dem kleinen händler hier reden sind wieder die beiden soll ich mit dem reden bevor wieder kinder sterben kannst du ich kann nicht weg laufen entscheide dich ich habe das zweite genommen ich dachte wir müssen jetzt gegen die kinder kämpfe das sind auch gegner ist der hat noch geld siehst du die kinder haben die kinder die haben geld ich speicher mal kurz darf ich speichern speicher david ok leute wo lang trank der arkan kultivierung davon hast du zwei stücke im inventer ich glaube schon mal zum beruf ja ich komme wo mein der hund ist gestorben da war nur stufe 1 wie bei diablo nicht mehr rüber ich glaube falsch ihr solltet nicht david hinterherlaufen ach so ok ich glaube alex lieber hinterher in die verfluchten ranken so wer wir mit dem quatschen ich muss nur weil du der letzte warst ja was willst du mir schon wieder zu dir nehmen so cutscene ja ich bin dabei das was wollen wir tun ist das wieder nee äh ich wollte das dritte nehmen warum ist er sich so sicher versuche ich nur einen gesprächspartner ganz ehrlich ich bin da so unentspannt ich würde nur noch zweitens nehmen david jetzt war nicht weggehen nein das zählt nicht wird ausgeblendet ok tut mir leid usen na eh 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 zu die her lies her guilt madeline reported her friends to a dark justice guck mal was die machen alter ich hab dafür das buch gegeben schlecht schlechte menschen seit ihr ich werde uns der noch mal den arsch ja klar der typ der klingt wie den serienmörder ja klar der rettet uns den arsch sag jetzt was abgeht habt ihr das überhaupt gelesen was er gesagt hat einfach nur frech und gruselig er hat gesagt äh die hat ihre freunde verraten und er nimmt jetzt eine verbindung zu ihrem geist auf und wir sollen die richterin spielen und wir sollen die leiden lassen jetzt muss peiler sagen wie er seinen charakter spielen wollen will quasi gerechtigkeitsmäßig 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 ja ich würde das letzte nehmen das vierte wenn ich meinen charakter spielen würde würde den einfach töten und dann ist gut ich habe ja auch gesagt ich würde ja meinen charakter spielen der zwerg tötet alles der macht keine freunde warum laufen wir eigentlich mit dir rum dann einfach jede truhe öffnen kann genau ihr braucht mich jetzt entscheidest du ob 1 oder 2 na wie willst du denn dein charakter spielen 1 oder 2 aber die anderen nicht ich bin hier um dafür zu sorgen dass die gerechtigkeit erfährt wir sollten uns erst jetzt anhören was sie zu sagen hat also eher das flachere oder das gleiche so gerechtigkeit und ja dann los hauen ok was machst du jetzt lesen oder was drauf pinkeln ja sieht er noch aus er onaniert darauf das kann ich hoch echt auch so aus dem mund läuft glaub ich nicht das onaniert auch aus dem mund du er sagte ich würde mich verletzen dass du der judge aber sie ist in ihm ach so gruselig hm wolltet eure freundin nicht töten lächerlich hm Sie hat uns gebeten! Sie gab ihm eine Dagger. Sie hat ihnen gesagt, sie drücken sie gegen ihre Stomachen. Auf der Kiste von drei. Ich bin gleich wieder da, ne? E-Pile ist überall dasselbe, also kannst du aussuchen, welche Antwort dir am besten gefällt Mir ist es, wenn du würfeln und ich versuche dir vielleicht einen Buffs zu geben Ja, mir ist das echt wein Hier macht das oder das oder das oder das oder das oder das oder das Ja, das ist schwer zu lesen, wenn du hin und her klickst, Alter Okay, was verschiebt sich das immer um eine Zeile, immer hin und her, hin und hoch und hoch runter Ähm, das dritte wollte ich noch lesen Ja, okay Ich bin freundlich Brauchst du noch einen Buffs oder schaffst du die 10? Ja, ich hab 6 plus Also brauchst du mindestens ne 4 Mindestens ne 11 Äh, ne 10 Und ich hab nur 6 plus, also es läuft Also ne 4 brauchst du mindestens Es läuft, es läuft, es läuft Ja, es läuft Passt, Leute, passt Was ich getan habe, war falsch Und ich werde mich niemals vergleichen Aber hören, dass nur eine Person mich nicht liebt Dass eine Person mich vergibt Ich glaube, er wird aber damit nicht so zufrieden sein Mal gucken Du bist supposed to make her suffer Not forgive her Aber ich hab hier vergeben Die k2. Seite, warum redet er so mit dir? Du hast sicher geschlachtet, da war er noch Quake im Schaufelster, weißt du, dass ich mein? Nee, jetzt alle 3, ihr wollt mich doch wieder verarschen Nee, äh, ist deine Entschuldigung, Digga Ist ja auch Scheiß Ja, ja Sie war aber unschuldig Warum soll sie ja bestraft werden? Als jemand im Chat ist Bitte, bitte 1, 2 oder 3 Wäre echt mega Nur, falls ihr Lust habt Und, äh, das könnt Echt, äh, ne Hilfe Der Entscheidungspeiler Hm Genau, 1, 2 oder 3 Genau, David Ah, Usen hat bei mir 2 geschrieben Nee, eigentlich bei Paila dachte ich Nein, bei mir Nee, du bist doch bei Alex drin eigentlich Ja, aber ich Hä? Ich hab mir mal eigentlich gerade zum Paila, wo es gut gezwitscht Ich hab jetzt keine hier, David Okay, jetzt hat aber Paila das, oder? Ja, 2 Okay Okay You're right That's not the time for you, David You have lost me And for that I end your business Okay, cool, kämpfen, kämpfen, nice War schon fast langweilig Oh, hat sogar die Möwe kämpft Geil, ich will die Möwe töten Ey, die Möwe hat 18, Alter Alter, Waffe am Boden Damit erst mal eure Waffen auf Äh, ich bin furchtsam So, du bist auch noch weg von deiner Waffe Ach, David Cool Wir sind alle furcht, wir sind alle furchtsam Ja Damit wir selber machen Ich weiß gar nicht, was meine Waffe war Wahrscheinlich die große Waffe da Der Kurzbogen Der Kurzbogen Kannst du reinzoomen mit Scrollen, äh, Usern So, meine Nahkampfwaffe habe ich doch Oh, ich dachte ich habe beide Waffen verloren Okay Nein, nur den Kurzbogen hast du verloren Okay, dunkler Feuer Kurzbogen wahrscheinlich Ich habe meinen Stab zum Beispiel verloren Ja Dein glühender Stab liegt da unten Aber David Was sind die Furchtsam David, wenn du deinen Zug beendet hast, kannst du mir mal den John Cena geben? Oh, Furcht verloren Okay, das ist natürlich kacke Mhm Aber der Rabe hat auch noch Furcht Vielleicht waren die zwei Züge lang furchtsam Ah ne, er hat immer noch, okay, er hat immer noch eine Furcht Genau So, ähm Wenn du ihn jetzt nochmal angreifst, dann hat er keine Furcht mehr wahrscheinlich Ach so, na dann Ist die Frage, wenn ich jetzt Ranken unter ihm mache, ob er dann Na, oder ich hau ihn um, dass er vielleicht umkippt Ah, ich hau ihn einfach um, vielleicht den Daumen Ah, Furcht hat er immer noch Hat er immer noch, ja Aber er ist, äh, verstrickt Ist doch schon mal gut, kann er sich nicht bewegen Soll ich jetzt mal die Möwe einfach platt machen, oder was? Ja, mach, wenn er kannst Ja, natürlich kann er das Es geht Willst du mich verarschen? Ich treff die Möwe mit dem Feuerball nicht? Wollen die mich echt? Dann klick, klick, klick da oben aufs Bild Blind, ah Achso, du bist blind Ah, ja, okay Kannst du nicht deinen Stab erstmal aufheben, da? So einen Bogen rum? Ich kann nicht laufen, ich bin blind Achso, okay Deswegen kann ich auch nicht zielen Das ist ja auch vollkommen logisch Na, und den Stab hast du auch nicht mehr, Paila Der liegt ja unter dir Der liegt ja unter dir Was ich sonst nicht mache Hast du den Stab auch nicht? Der Stab liegt unter dir, David Achso, hau, das Problem Also schau dir in die Möwe, hast du noch drei Schaffst du das? Oder der Rabe in dem Fall? Ach, hau auf den Großen Ich bin mir selbst überlassen da hinten Das ist nett Cool Ich frage Alex S&G Power, aber ist okay Ich sage mir nicht so, wie der ich da hinten Wir überleben da schon alle miteinander Und wie oft ist Schaolin für uns schon gestorben, Alter Das ist ehrlich Ich frage es noch eher, wie oft ist Schaolin schon gestorben Das wäre auch wie bei den Tag Okay, ich gehe auf, dass der Gewesene oder was? Na, hau rum Mach die Möwe, oder? Ja, mach die Möwe Nice Hast du mein Zauberstab, Alex? Na, der liegt unter dir David Neben dir, oder? Ja, der liegt unter David Ach ja, unter Wenn du alt drückst, siehst du den Mhm Genau So, Usen noch? Ich mach das schon Ja Usen brauchst du lange Nicht mal die Runde, scheiße Jetzt aber Usen macht Usen macht einfach nichts Da war auch nichts drinnen Die Möwe Die Möwe hätte ja irgendwie den heiligen Kot dabei haben können Oder die heilige Feder Aber nein, okay Den heiligen Kot Ich hab mir zu viel vorgestellt Oh, da ist ein Ei Kommt ihr an das? Ja, danke David So Vergesst nicht eure Nahkampf-Dinger wieder auszurüsten und Usen seinen Bogen Ich hab nix verloren Gut Na ja, war doch witzig Haben wir den auch nochmal umgeklatscht hier Wollte den von Anfang an töten Denn jetzt auf den Friedhof, oder was? Auf den Friedhof Ja genau, Speicher erst mal Ja, das Buch haben wir jetzt abgegeben, oder was? Ja Buch haben wir jetzt fertig Äh, David wollte das Mausoleum da machen Geht ja Letzte go Ja, lass ihn erst mal speichern Hat aber schon mal Arbeit, aber Aber bist du denn gespawnt? David Zum Mausoleum Hä? Großes Mausoleum Ah ne, das ist falsch Ist falsch Ja, du bist falsch Ja, du bist falsch Alles falsch Verstehe ich nicht Aber wir sind doch hier Warum sind wir falsch? Sehr schön Okay, da geht's anscheinend ran, oder? Äh, let's go Ja komm, der Kampfzweck geht vor Ich steppe sowieso als Esser Oh, ein Eisentor, okay Ja, dein Job Okay, dann war ich's auf Moin Die Schädelhaufen Äh, die Schädelhaufen kann man auch looten hier an der Ecke Äh, die Schädelhaufen kann man auch looten hier an der Ecke Du hast noch Wuchse Okay Ich geh mal zur Tafel So Alles wie raus, okay Bevor ihr jetzt irgendwas anquatscht, sagt mir vorher Bescheid Das wär nicht schlecht Ich, dass ich hier alleine stehe Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ach, du bist da hinten, okay Ich geh mal zu dir Ich, ich seh euch auf der Map nicht Wo seid ihr? Wo sind uns? Ne, wir sind hoch, äh, hochgelaufen, sagt was? Wie stehst du noch draußen? Nein, die sind hier drinnen, dicker Ja, aber Pailer steht noch draußen Ich weiß halt gerade bloß nicht in welche Richtung Ihr seid da einfach reingelaufen Ja Was hast du denn gerade gemacht, die ganze Zeit? Achso Du hast bei mir ein Chat geschrieben Ja Und vor mich hingegehnt und geschnieft Ich bin bei euch Du bist hier Nummer 1 Das, was danach steht? Finde ich gar nicht nett Das wäre für mich auch nicht gebucht Das wäre für mich auch nicht gebucht Nett zu sein Ich bin dafür gebucht, um da zu sein Moment, Moment, Moment In deinem Arbeitsvertrag steht nicht, dass du für Anwesenheit bezahlt wirst Das ist ja der Arbeitsvertrag, den ich mal helfe Oh, ich habe hier eine Wahrnehmung Irgendwo? Hatte ich hier gerade eine Wahrnehmung? Warte Habt ihr auch eine Wahrnehmung? Oh, Wahrnehmung erfolgreich Pass auf, pass auf, pass auf Nicht dahin rennen Lass erstmal den Meister ran hier Ja Ja, mit der Wahrnehmung von Null Aber wo ist der? Ach ne, der ist heute frei Okay Ich halte ihn jetzt da Alex ist ein Doppelpirat Als will Trägt sich die Augenklappen Ich bin ein Doppelpirat Was sagt das Falken? Over Was? Ne, ich bin ne Eule, kein Falke Warte, Basophiusen nicht dahinten laufen? Alter Alles gut Wollte immer erfolgreicher Also, ist so weit okay? Warte bitte Ja, ich bleib doch hier, alles gut Ich muss das bei dir ja immer sagen Du kannst ja nicht voraussetzen, dass du einfach stehen bleibst Bitteschön Sehr gut Hab ich geil gemacht So läuft das Und das sind aber auch noch ganz viele Sachen, die wir nicht gelootet haben Mh, dann lute so Okay Kerlen tun sie dies, meine lieben Habe ich was hinter verschlossenen Türen Glaub nur ein Usen kann so hoch springen Damit man da rüberkommt Warte, bleib mal jetzt stehen Nix tun Wenn es leer ist Rechts von dir ist noch ein Kopf, Usen Kannst du den noch wahrnehmen? Rechts Anderes links Ja genau Noch ein Stück Scheiße, Leute Ist doch unmöglich Ist doch unmöglich Es wird Aber hier Ich weiß nicht, ob Usen da rüberkommt Und das sieht so aus, als wenn es hier in der Ecke noch richtig wäre Mach erstmal mit ihm alle Fallen, ja Und damit wir uns hier frei bewegen können Gut Weiter jetzt Weil hier ist auch noch eine Weil wir das gleich nochmal machen Ne, ne, lass erstmal zu Ende tun Die Dinge, die sie tun Komm mit Kann man noch Pass auf, pass auf, pass auf Pass auf, pass auf Komm mit lang Genau Komm mit weg Ne, warte doch mal Nicht darauf laufen Da ist doch noch eine Falle Unter dir Ja, 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 ja Ja Wäre eh zu spät gewesen Da ist schon direkt drauf Eule du Ne, da sind noch ein Ball, die ich nicht entschärft habe Wurde Na, auf dem Weg Wäre jetzt, äh Wäre David hochgelaufen Auf diesem Weg, wo er gerade war Hätte er noch ein paar entdecken können Ich speichere erstmal Gucken wir Oh, ich drücke den Knopf Doch ja, speichern Hier bei mir Oh Scheiße Siehste, das meine ich ja Sehr gut Und wenn du noch mal weiter hoch laufst, Paila Ist doch vielleicht noch ein Na, er sieht ja gut aus Drück den Knopf 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 da seid ihr doch jetzt ja wir hatten zwar die cutscene alex aber wir sind nicht mitgekommen dachte ich mir mal check mal hier die treppe kurz er schickt sie nur leute er schickt sie nur wird entspannt das vor sein dass ich dich mit dem werden nicht mehr schubsen da müssen wir so stets große mittel tor oder würde ich sagen kommt zurück was macht ihr da ein großes tor ist dafür gedacht dass man durch geht hier ist eine tafel also schatten herz würde sich ja hier mega wohl fühlen die ist ergeben heiler wird zum vorlaufen lauf man nicht darin bitte du bist so das unwürdigste objekt in schausaugen aber weil kommt ja nicht rein anscheinend wir müssen hier oben ist irgendwas weil rauch fass ja lauf doch noch mal ging es ganz ganz am rand lang ich bin da ja ich hab mal so ein telefon allerdings benutzt hier ist eine falle der pfeiler damit quatschen ist das schon eine cutscene ne ne ich bin keine cutscene kann ich gar nichts machen ich auch nicht wo ist noch eine falle du hast gefragt hier hinten geht es auf jeden fall weiter bei mir aber ich komme mal wieder zurück also die särge in den ecken kann man alle noch duten aber hier sind überall fallen das schon immer die särge in den ecken mit aber hier geht es bei mir hier ist auch ein hebel alex du musst links und rechts da so ein tritt fallen ich bleibe hier mal stehen ja und ihr macht das da hinten den fand ich vielleicht auch mal ganz kurz ist schon wieder auf klo dadurch dass ich krank bin trinke ich viel saft und tee und dann muss ich auf toilette klar ich glaube ich habe jetzt hier alles hier ist alles falle geklärt hier ist auch ein hebel hier nach oben ganz langsam viel zu tun für den kleinen entschärfungs zwerg hier sind überall hebel in den ecken aber hinten sieht es aus aber sonst könnte man weiter gehen das würde man hier überspringen können ok habt ihr gehört hier sind überall hebel ne hier hinten ist eine dicke truhe hier ist pilzgebiet und noch nur die andere aber hier hinten ist anscheinend irgendwas groß oder klosig ok na dann kommt er erstmal zurück dann machen wir das da zusammen bevor ihr da jetzt irgendwas aufweckt das erstmal gucken was hier mit den hebeln auf sich hat weil in allen vier ecken sind jetzt hier hebel weiss nicht ob wir die alle gleichzeitig drücken müssen mit dir oder was können wir hier durchlaufen ohne bedenken ja ja ich habe jetzt alles gemacht glaube ich okay 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 in den vier ecken bei den links den sergen hier da ist einer da drüben ist einer links bleibt hier stehen am besten man brauchst sich darum nicht mehr kümmern kannst du den hebel ziehen im eulenberg stadt naja wie gesagt ich weiß nicht ob wir quasi alle vier gleichzeitig diese hebel ziehen müssen ach guck mal dann kommt das hier runter was soll dann geht das vielleicht in der mitte wieder an ja muss man schauen in allen vier ecken waren hebel auf der anderen seite ist nur ein hebel stimmt ja ich habe jetzt alle viel zu aktivieren kann damit nicht machen vielleicht teiler konnte das hier aufmachen ich glaube nicht dass das das sind der sinn des rätsels ist ist irgendwas passiert hier hinten ist aufgegangen oder bei mir ist speichert hier hier hinten ist aufgegangen okay die war doch zu ne die war offen dann david wollte ja sowieso hier hoch hier war irgendwas mit einer truhe genau hinten links weiter wir haben uns entschieden nein meine typen kann nicht springen oder so so sieht so aus als ob sie erst mal wir können wir unter kalt weiter geht solle ich den mal aus dem schatten versuchen anzugreifen dass er überrascht ist erst mal gucken was der überfall die betroffene greift an sobald die gegnern sie kann nur durch einen völkreichen wurf auf wahrnehmung entdeckt werden okay naja dann würde ich mich mal kurz verstecken und dann wirklich angreifen oder was ich würde es auch probierst du kannst mehrfach an das ziel verängstigt willst du kurz noch speichern bevor wir jetzt hier irgendwas machen weiter wo bist du kommst du zu uns wenn wir jetzt hier kämpfen komm von hinten ich bin hier aber verängstigt cool also wartet ich kann noch zu dem hinspringen glaube ich du musst erst reinlaufen glaube ich im kampf oder ich kann gar nicht laufen ach so naja weil du noch nicht dran bist ja das verängstigt überrascht ich kann jetzt quasi umhauen cool da unten ist eine dicke schatztruhe deswegen wir wollen ja daran ja daran ja kann josen noch was machen josen ja du bist dran ja ich weiß ich gucke doch gerade entspann dich ich bin doch nach der o noch mal dran schießt du einfach drauf ich mach dir dann tot siehste braucht man nicht so lange überlegen siehste braucht man nicht so lange überlegen siehste kannst du bis hier oben hinspringen david noch einfacher woher weil da wohl da oben was oder geht es nach rechts noch weiter ich habe hier das schloss geknackt das ist da ist nix aber hätte er sein können hier bei mir ist auf jeden fall eine ganze menge da oben kommt mal zu alex ja 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 leute kommt ihr laufe das ich komme da nicht hoch gehüpft josen du musst mal alles was hier oben so in den regalen steht musst du mal bitte rausnehmen du bist nämlich wesentlich größer hier oben in den ganzen sachen hier komme ich nicht an da oben sind ratten die sich unterhalten wollen wir das eventuell fürs nächste mal auf über die ratten die sich unterhalten vielleicht quatschen jetzt wieder eine halbe stunde ja so darauf will es hinaus auch sehr gut dass du gleich die ganze ratatouille story vor den ohren gescheppert bekommst du okay wird dir speichert gerade oder jo ich bleib hier oben mal stehen ja wer kann sich denn gut mit ratten unterhalten david oder vielleicht sollte ich das machen ja mit dem grad in der gestalt da lauf ich mal vor das ist das ich kann auch mit tieren quatschen ich habe diese fähigkeit david ist sonst geht weg das probier ich das mal david kann das seit seiner geburt ich bin nicht gerade freundlich zu ihm unterwegs weil er halt so ein riesen viel ist aber du bist noch zwei meter größer und denkst es kommt besser sie ihn zurück verwandeln david wir haben wir es doch mal wir haben uns wirklich in diesem spiel mit ich lasse mich doch nicht zu probieren doch mal usen möchte gibt die news mal noch eine chance die weg jetzt ist der wird eingeschlafen die hinter die user ach genau selber ok na gut dann töten wir die oder was sind da noch fünf die packen die schauen wir doch kann einen feuerattacke machen dann würde ich einen fett film machen ich habe nichts gesagt ich habe nichts gesagt das meine ok jetzt sag ich jetzt wenn uns alle raten immer in diesem game hast ist in ordnung kann ich mit leben bin sowieso nicht besonders beliebt in diesem spiel oh leute ich bin in der cutscene so hat das grab angefasst das war ja klar na jetzt bin ich ja mal spannend das wird wieder unsere komplette inspiration rauben oh doch nicht doch von schabe fallen was hast du denn die herren verwünscht dich wodurch deine agilität vorübergehend beeinträchtigt ist die religion wo ich kann was würfeln leute kann mich einer noch oder zwei unterstützen 14 ich habe sollte 14 20 plus 3 vielleicht plus 4 ich gucke dich hin damals gerecht den g-man und seine community ist verlass jetzt bist du eine anhängerin von scha ja ja und scha scha ich verflucht weiß ja nicht ob ich mich mit dir sehen lassen will auf der straße derjenige der wirklich bei allen verkackt hat will mir jetzt irgendwas erklären ich bin glaube ich der einzige dude mit david der noch annähernd sagen kann der hat mit den normalen leuten und mit den gottesleuten und sowas überhaupt noch ordentlich was zu tun ihr beide seid ja wirklich schon auf der bösen seite der macht ihr es war gar nicht ist es ja nicht wer scha ist oder aber du ihr seid trotzdem noch böser als ich das wollte ich damit glaube ich nicht ok von mir aus aber gut und böse ist immer eine ansicht sache ich nehme die macht immer bloß von beiden seiten mit ich entscheide da oben müssen wandelnder dual land wird sich mit dem unterhalten nein ich tue du solltest dich mit jakim unterhalten hier ich wollte auch nur probieren nee du solltest sich ganz bedeckt halten du hattest deine chance zum koppeln lager doch geschafft ja so in ordnung der wisse muss ich jetzt mit denen reden oder und ich bin ich jetzt beide mit beiden ja dann greifen wir den an oder was tatsächlich wenn wir die besiegen haben wir den nächsten stufe erreicht der endboss wird so etwas wie am feuer alle umgeborgen sind alleine das jetzt aber auch gleich 23 uhr ok ok dann kommt er her junge der hat ein schicket schwert da gucken wir mal der hat nur 38 und die da oben haben 16 ist ja ok denn aber ich weiß nicht was das schatten portal hier in der mitte schatten beben ja das kann man auch angreifen ja da kommen wir vielleicht was angreifen was nicht wir sind sondern und du dem er gestört haben von hinten kommen kommen auch noch ein paar ja ja na die gelben nicht angreifen die sind ja unsere verbündeten glaube ich wird erstmal alles was rotes machen oder was bitte ja die portale angreifen die portale und den justizia rechner das aus und ich nehme auch ein ich nehme den hier also ich kann mich am wenigsten bewegen ich würde sonst das hier nehmen hinterher david der ist so gut wie tot hier der typ der hat nur acht ach so tschuldigung feuer ist ein arsch nekromantie alter treffen immun mit nahkampf nahkampfangriffen oder heiligen angriffen kann man mehr schaden machen ja also ich kann auf jeden fall kein killen von denen na dann macht doch so ein so ein portal kaputt ne das meint der portal schaffe ich ja nicht 16 ist zu viel mit den immunitäten ja dann macht den achter kaputt ok welcher ja warte mal da habe ich noch nicht geguckt was hat der ist nur nekro und ding ist also vorher kann ich voll drauf zu machen er hat nur acht leben können sich usen und david um die portale kümmern nicht mehr ich kann mich doch bewegen soll ich noch mal einen rückzug machen und werden versuchen von zum beispiel hier hinten oben wenn was kommt da vorne ich habe ja 18 bis 30 meter stell dir doch hier hin bist du wenigstens erhöht also da ne 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 ... ne 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 spart zwei drei meter jetzt bin ich gespannt ob die die portale hier angreifen okay alex du nimmst nebenbei auch auf meine festplatte ist gerade voll gelaufen klassiker aber ohne witz in der letzten minute eigentlich theoretisch aber bei mir war ganz gut also ich kann das hier auch schneiden dann zuerst mal drauf ich lösche ja mal muss das was du schon geschnitten hast dann bei mir weg bis zu den punkten wo wir das halt hatten leider leute dass bei alex mal was fehlt bei mir war was fehlt bei die streams und das geleckt hat und ausgefallen ist internet und ist ja egal so ist noch dran naja da kommt dann ein neuer daraus okay da ist die portale wirklich nackig machen kommen neue schatten geben hier ja wir müssen die portale alle töten naja david du dich habe ich bin hier oben ich würde mich erst um das kümmern ich bin ja da schon ihr habt da oben noch zwei und ganz rechts ist auch noch eins die drei sogar also einer müsste eigentlich ja auch noch in die richtung laufen die gelben sind bis jetzt wenig wirksam obwohl ja auch daneben stehen aber naja macht man alex muss ja erstmal und dann gucken wir mal was passiert leute ein ist auch noch eins das habe ich auch nicht gesehen der typ ist tot stark das portal also ich konzentriere mich darauf ja du dinge da oder oder da oder da auch ja ist egal hau wenn wir eins weg let's go hau ruf 16 heiler hau rauf heiler hau rauf was war da eher anfällig gibt es eigentlich fast gar nichts glitz 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 ne hab ich nicht hau rauf hau rauf caolien wieder so kleiner nur ich du hast du so ein auto pop alter es gibt mega viele portale hier alter ja guck mal oben in die liste 2 4 6 es hat zählen gelernt und frech heiler hat überlechte hier rum ich mich drehe weil ich nicht weiß was die dudes tun aber sie greifen das an das ist super dann kann ich mich um das kümmern was ich gerade angegriffen wird josen machst du das 16er portal da aber pass auf da steht einer drinnen nicht dass du den angreifst also das hätte ich den 8er gemacht oder machst du den 8er ich mach den 8er dann ja also ich mach meins platt hier hinten und die dudes hinter mir die machen hoffentlich zu dritt das hier hinten platt ich mach das 16er dahin und dann sollte nächste runde eigentlich alles platt sein na mal gucken ja das ist das letzte in der liste ne ok sehr gut mal gucken wie viele dann da noch spawnen ja da ist habe ich voll drauf die richtig gut ja aber voll auf camera voll im spree nehmen wir es auch in als spawnd jetzt sind wir bei schachschau liegen irgendwas zu tun tiefes schattenleben das wäre jetzt 32 nice darfst hinter dir mal das portal nicht genau alex spawnd schreibt ihn einfach alex schenst immer hin und her einmal portal einmal der du wir haben noch viele portale leute ich mache mein portal erst mal platt die anderen machen ihr portal da hoffentlich noch das läuft gut es läuft gut ich bin nur reiler fach 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 deine dudes helfen dir aber da sind ja noch welche mach das hier unten der 32er david ja das hat 32 leben du machst am meisten schaden von uns nice die löcher die kommen doch aus den löchern genau entspannen ich mache und geht auch ja ich habe nicht gesagt ich habe nicht gesagt kannst du auf das portal hier mit rein kloppen peiler das sechser welches das sechser hier das seite das die dudes wird auf jeden fall schaffen ich komme nicht wirklich muss gucken ich komme maximal so bis da naja es reicht auch dass ich dann drauf schießen kann ja ok so muss man die frage mit mich absprechen so was haben wir denn da vor uns es hat noch sechs außer einfach den feuerball drauf da hast du noch fünf schaden gemacht gehabt 2 bis 20 ja die beiden boots die hauen ja auch noch drauf ja keine flächenscharen nein na siehste tippitoppi tippitoppi usern kann den rächer killen und david macht das portal da noch platt ich hoffe die werden alle weg die sollen doch dahin laufen warum laufen die nicht dahin leute nice tot david macht das portal noch und dann hammert david er macht die einrichtung kaputt nice nice ohne ich sehe deine achsel ich sehe deine achsel david eine beharte achsel ja das war lecker eine aufnahme ja das war nur eine holle von deiner beharten achsel okay bin mir nicht so sicher ob das die achsel war nicht Fetus müssten eigentlich extra da könnte auch was anderes gewesen sein aber müssten eigentlich extra bevor wir uns bewegen speichern wir erstmal den rest der leben das war nicht so das war nicht so ich sehe deine achsel